De facto ist der lateinische Ausdruck für »Nachtatsachen«, »Nachlage der Dinge« in der Praxis, tatsächlich auch als faktisch bezeichnet. Mit de facto wird ein Umstand benannt, der als weit verbreitet und allgemein anerkannt gilt, auch wenn er nicht durch entsprechende Institutionen formal als de jure festgelegt ist. De jure bezeichnet den rechtlichen Sollzustand, de facto den tatsächlichen erste Zustand. Diese beiden Bezeichnungen bilden ein antonymes Begriff »spar«, das heißt, wenn auch nur einer der beiden Begriffe in einem Satz verwendet wird, hat die Aussage eine »zwar aber« Struktur und deutet das Vorhandensein des jeweilig anderen an. Als Begriff »spar« werden die beiden Formeln häufig zur Beschreibung juristischer, hier vor allem völkerrechtlicher, und politikwissenschaftlicher Sachverhalte verwendet. Beispielsweise kann eine Regierung de jure im Amt sein, also sie wurde nach geltendem Recht eingesetzt. Eine de facto Regierung hingegen hat keine rechtliche Anerkennung. Zum Beispiel ist Somaliland ein de facto, jedoch nicht de jure anerkannter Staat. Im Gegensatz dazu ist Somalia zwar international ein de jure anerkannter, de facto jedoch nicht existenter Staat. Außerhalb des juristischen Sprachgebrauchs wird die Formulierung de facto im Sinne von in Wirklichkeit im süddeutschen, deutschschweizerischen und österreichischen Raum von breiteren Bevölkerungsschichten verwendet. Darüber hinaus werden die Ausdrücke de jure und de facto vor allem im Englischen im Zusammenhang mit technischen Normen und Standards benutzt. Dem englischen Ausdruck de jure Standard entspricht im Deutschen der Terminus technischen Normen, der englische de facto Standard wird meist mit Industriestandard übersetzt. Beispiele De facto verfügt die Republik Zypern über eine Gesamtfläche von 5.896 Quadratkilometer. De jure beträgt diese Fläche 9.251 Quadratkilometer. Diese Differenz ist durch das de facto Regime der türkischen Republik Nordzypern bedingt. Die Schweiz hat de jure keine Hauptstadt, sie ist de jure nicht festgelegt. De facto nimmt Bern die Hauptstadtfunktion wahr. Die USA haben de jure keine Amtssprache. Jedoch ist de facto Englisch die überwiegend verwendete Sprache für amtliche Dokumente. Japan unterhält de jure kein Militär. De facto nehmen aber die japanischen Selbstverteidigungskräfte dessen Funktion wahr. De jure hat die Europäische Union keine Hauptstadt, de facto ist Brüssel die Europa-Hauptstadt und gilt als Hauptsitz der EU. Siehe auch Latein im Recht